Werfen wir zunächst aber einen Blick auf die Messe ab in den Frühling, kurz ABF. Auch da kann es sportlich werden, zum Beispiel wenn man sich einmal in der Themenwelt aktiv und fit umschaut. Doch auch darüber hinaus bietet Norddeutschlands größte Freizeitmesse ein vielfältiges Angebot. Clara Wignanik zeigt Ihnen, was es in diesem Jahr dort zu entdecken gibt. Gleich ein Kurs oder Nummer Probe tauchen. Was für ein Urlaubsangebot klingt, bietet der Messestand des Tauchteams Wasserfest auf der diesjährigen ABF-Messe in Hannover an. Ja, hier bei uns auf dem Stand vom Tauchteam Wasserfest haben wir ein großes Tauchbecken, wo jeder kostenlos Schnuppertauchen machen kann. Des Weiteren haben wir natürlich auch Tauchausrüstung und es gibt natürlich auch die Möglichkeit Tauchkurse zu buchen. Im Grunde muss man mindestens zehn Jahre alt sein, ja, gesund und dann kommt man hier hin. Tauchausrüstung ist da, Handtücher sind da, Badezeug ist da. Aber eigentlich muss man nichts weiter machen, als sich rechtzeitig anmelden. 900 Aussteller aus 19 Nationen stellen auf 90.000 Quadratmeter in neun Hallen ihre Produkte vor. Und das Wichtigste, es kann nicht nur geschaut und gekauft, sondern auch gleich ausprobiert werden. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, den sogenannten Segway mal zu testen. Der Segway ist ein einachsiges Elektrofahrzeug, was sich selbsttätig stabilisiert. Jeder hat es schon mal gesehen. Die Leute fragen sich immer, warum fällt das Ding nicht um mit nur einer Achse? Es stabilisiert sich also durch Einsatz elektronischer Bauteile und elektronischer Rechenkraft quasi selbsttätig auf einer Achse. Man fällt damit nicht um. Das Besondere daran ist, die Steuerung, die erfolgt nämlich ohne Gas und Bremse, die erfolgt durch die Verlagung des Körpergewichtes. Man lehnt sich nach vorne, das Gerät nimmt Fahrt auf oder man nimmt das Körpergewicht wieder ein bisschen zurück und das Gerät bremst. Das ist das Besondere am Segway. Wer es dann doch mit großem Motor mag, kann in Halle 24 in seinem Lieblingsauto Platz nehmen. Oder auch in einem ADAC-Auto den Überschlag simulieren. Oder darf es noch etwas edler und größer sein? Wie wäre es dann mit einem Wohnmobil? Unser größtes Fahrzeug hier auf der Messe ist der Morello Palace 100 GS. Der ist 10,55 Meter lang und 2,50 Meter breit. In dieses Fahrzeug passt zum Beispiel ein Fiat 500 oder ein Mini Cooper. Das heißt, wir sind autark am Urlaubsort und können uns jederzeit auch noch frei bewegen. Wir haben ein riesiges Bett im Heckbereich, meistens ein Queensbett. Und das frei begehbar ist von allen Seiten und haben vorne dann einen riesigen Wohnraum. Wem das dann doch zu teuer ist, kann sich in Halle für Garten und Ambiente fit machen für den Frühling. Mit neckischen Springbrunnen, außergewöhnlichen Gartenmöbeln oder kleinen Hinguckern fürs Blumenbeet. Die Messe kann noch bis zum 3. Februar täglich von 10 bis 18 Uhr auf dem Messegelände Nord in Hannover besucht werden.